Ich will nicht, dass das unser letzter gemeinsamer Abend ist. Es tut mir leid. Die Behandlung, die Sie vorschlagen, wurde noch nie an Menschen getestet. Ich werde Wilma nicht sterben lassen! Was ist das getan? Sie lebt! Ihr könnt weiterforschen, solange ihr wollt. Was ihr macht, interessiert mich nicht. Und ihr stellt mir keine Fragen, was ich mache. Im Gegenzug erledigt ihr kleine Jobsgebiet. Und was für Jobs sollen das sein? Einfache Sachen. Ich bringe Patienten hierher und die behandelt ihr dann hier unten in unserer Klinik. Was ist jetzt? Stromausfall. In der Moderne sind wir die Glücklichen. Wir verdienen mehr, bauen höher und haben ein schnelleres Wachstum als all unsere Vorfahren. Alles ist neu, besser, größer. Doch eines Tages wird der letzte Tag vorbei sein. Die Menschen werden aufwachen. Denkst du, ich weiß nichts von deinem Endzeitswachsinn, Leif? Ich lass mich noch aufwachen. Ich will dir die Gerstuhl적인 Schuss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss-Kluss. Vielen Dank.